Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo? Jetzt kopf ich! Da war ich doch schon einmal. Hallo? Hallo? Oh, ein Tag. Hallo? Wie lange bist du schon da? Ach du, schon eine Ewigkeit. Darf ich auch? Ja, willst du auch einen? Ja, gerne. Ja, sag mal, wann hast du denn das letzte Mal geschnupft? Ja, also eine Ewigkeit her. Ja, wie lange hast denn du schon kein Bier bekommen? Also eine Ewigkeit. Und wie lange hast denn du schon keinen Spass mehr gehabt? Ja? Du musst ja sagen, du gehst die Zauber!